Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Jeder weiß, wie wichtig ein erholsamer und gesunder Schlaf für die physische und mentale Gesundheit ist. Dabei ist allerdings nicht nur wichtig, wie lange Du schläfst, sondern auch wie und auf welche Art. Neben einer guten Matratze und einem optimalen Klima ist auch die Schlafposition von enormer Wichtigkeit, da sie Deine Gesundheit beeinflusst. Es gibt sicherlich viele unterschiedliche Arten, wie Du schlafen kannst. Auf dem Rücken, auf dem Bauch, auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Was jedoch die wenigsten wissen, ist, dass alle diese Positionen die Gesundheit beeinflussen. So kann Schlafen auf dem Rücken schädlich für Menschen sein, die an Apnoe oder Asthma leiden, da diese Position die Atmung erschwert. Auf der rechten Seite zu schlafen, könnte Verdauungsprobleme verschlimmern, während das Schlafen auf der linken Seite die Verdauung positiv beeinflusst. In der ganzheitlichen Medizin ist die linke Seite des Körpers die kontrollierende lymphatische Seite. Da hier die meisten wichtigen Körperorgane sitzen, werden diese durch das Schlafen zur linken positiv beeinflusst. Heute erklären wir Dir 6 Gründe, warum Schlafen auf der linken Seite Deine Gesundheit gut tut. Nummer 1. Schlafen auf der linken Seite verbessert die Lymphdrainage. In der alten indischen Ayurveda Medizin geht man davon aus, dass Schlafen auf der linken Seite dem Körper hilft, besser Lymphflüssigkeit zu filtern und somit der Körper besser entgiftet wird. Da die linke Seite unseres Körpers die stärkere lymphatische Seite ist und sich dort der Lymphgang befindet, wo Lymphflüssigkeit durchfließt, wird während des Schlafens durch die Schwerkraft diese dorthin geleitet, wo sie hin sollte. Nachdem die Lymphflüssigkeit gereinigt ist, fließt diese zur linken Seite des Herzens. Nummer 2. Es erleichtert die Aktivität der Milz. Auch die Milz befindet sich auf der linken Seite unseres Körpers. Dieses Organ ist für die Reinigung unseres Blutes verantwortlich. Die Abfallstoffe, die unser Lymphsystem transportiert, werden beim Schlafen auf der linken Seite einfacher zur Milz geführt und können somit auch schneller vom Körper abgebaut werden. Nummer 3. Es kann Sodbrennen verhindern. Wenn Du auf der rechten Seite schläfst, dann förderst Du den Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre. Somit wird Sodbrennen begünstigt. Schläfst Du hingegen auf der linken Seite, kann die Magensäure nicht in die Speiseröhre fließen, da diese von rechts in den Magen führt. Nummer 4. Es kann die Verdauung verbessern. Wenn es um die Verdauung geht, kann das Schlafen auf der linken Seite diese verbessern. Der Magen- und die Bauchspeicheldrüse befinden sich auf der linken Seite des Körpers. Wenn Du auf der rechten Seite schläfst, erschwerst Du die Tätigkeit Deines Körpers, da er gegen die Schwerkraft arbeiten muss. Auch drückt der Magen auf die Bauchspeicheldrüse und behindert ihre Aktivität, wenn Du auf der rechten Seite liegst. Beim Schlafen auf der linken Seite wird darüber hinaus Nahrung leichter vom Dickdarm bewegt, was zur Folge haben kann, dass Du eher einen Stuhlgang haben könntest, wenn Du aufwachst. Nummer 5. Es ist gut für Dein Herz. Auf der linken Seite zu schlafen erleichtert dem Herzen unser Blut durch den Körper zu pumpen. Das liegt daran, dass unsere Hauptschlagale die Erorte nach links gebogen ist und wir den Blutfluss, wenn wir auf dieser Seite schlafen, begünstigen. Darüber hinaus trägt das Schlafen auf der linken Seite dazu bei, Gewicht vom Herzen zu nehmen. Nummer 6. Es kann Rückenschmerzen lindern. Möglicherweise leidest Du an chronischen Rückenschmerzen. Dann könntest Du Dich ein wenig besser fühlen, wenn Du auf der linken Seite schläfst, da in dieser Position Gewicht von der Wirbelsäule genommen wird. Wenn Du für gewöhnlich eine andere Schlafposition bevorzugst, wird es sicher eine Weile dauern, Dein Körper daran zu gewöhnen, in dieser Position zu schlafen. Nachfolgende Tipps können Dir dabei helfen, Dich schneller umzugewöhnen. Lass ein kleines Licht auf der rechten Seite Deines Bettes leuchten. Für gewöhnlich wendet sich Dein Körper vom Licht ab, während Du schläfst. Das wird es Dir leichter machen, auf der linken Seite zu schlafen. Um auf der linken Seite liegen zu können, könntest Du auch ein Kopfkissen nehmen und dieses nah am Körper positionieren, um ein Wegrollen Deines Körpers zu verhindern. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns, wenn Du versuchst, diese kleine Änderung für einen gesunden und erholsamen Schlaf anzunehmen, Deine Erfahrung mit uns teilst und einen Kommentar hinterlässt. Wenn Du neu auf diesem Kanal bist und Dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns mit Deinem Daumen nach oben. Um keine weiteren Rezepte und Tipps rund um das Thema Gesundheit zu verpassen, abonniere unseren Kanal und wir sehen uns bald wieder.